ARD Text im Auftrag von Funk Wir sind doch völlig unfehl! Ich weiß, was hier ist, was hier ist. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Soitain. Mama. Soitain, Loco. Ich habe das gemacht für dich, im Motorrad, für deine Sicherheit. Mama, nicht weg. Du bist nicht weg. Du bist nicht weg. Wir brauchen dich, Mama. Lass mich bleiben. Halt dich weg. Du bist nicht weg. Wacken! 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 Sie sehen, die Dokumenten in der Situation ist noch schlimmer als wir trodden. Die Fabrik produziert Tungtvann, ein nöckel-ingredienst in eine neue, kraftvolle Bombe, die Tyskern hat. Sie transportieren sie nach Tyskland im Morgen, und wir müssen sie stoppen. Wenn ihr Arbeit fertig ist, will sie die Kraft für die ganze Stadt auswählen. Aber sie können nicht glücklich ohne Tungtvann. Millionen von Leben liegen in deiner Hände. Ta vare på dotteren und mir, Solveig. Sie ist jünger als sie sind, und sie ist besser als andere. Leben ihres, und Leben für alle unsere Kinder, ist abhängig von dem Wasser, in Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt inn instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få Tungtvannet. Ja.